So, liebe Freunde, ich befinde mich jetzt hier auf dem höchsten Punkt der Simonhöhe und das ist die letzte Abfahrt. Ich trau mich und los geht's! Und jetzt... ja, jetzt ist es jetzt... Die Bernhardt ist weltberüchtigter... Und jetzt geht's in die Bernhöhe wieder! Ja, jetzt ist es schwer. Ja, wir kommen dann aus dem Wald. Und Running Sushi für Bern. Ja! Und immer noch! Es geht jetzt dann gleich zügig weiter. Es wird immer nebenan... Und jetzt... Wir kommen schon langsam ins Ziel! Sensationell! Oh, ja! Spitz mäßig! 1,45! Spitz mäßig! 1,45!